Wie kommt die Wurst in die Pelle rein? Und warum braucht man denn dazu ein Schwein? Und was hat ein Bauer dabei getan? Peter, bei dir werden wir es erfahren. Wie kommt die Birne dort an den Scham? Und warum hängt denn da eine Flasche dran? Und wie so lieben das Ergebnis die Erwachsenen so? Die Erklärung, die komisch ist aber so. Peter, lustig, durch dich betreut ich die Welt. Peter, lustig, deine Art ist die Welt. Peter, lustig, du bist ein richtig cooler Mann. Peter, deine Sendung schaut dich gerne an. Peter, lustig, durch dich begreif ich die Welt. Peter, lustig, deine Art ist die Welt. Peter, lustig, du bist ein richtig cooler Mann. Peter, deine Sendung schaut dich gerne an. Wie kommt das Loch in den Käse rein? Und warum müssen Hähne am Morgen laut schreien? Und wie so schneide ich meine Blumen verkehrt? Peter, bei dir bekomme ich es erklärt. Wie kommt der Peter in den Käse rein? Und warum lässt er uns nach kurzer Zeit allein? Und wieso liebte er das Ausschalten des Fernsehers so? Die Erklärung, die komisch ist aber so. Peter, lustig, durch dich begreif ich die Welt. Peter, lustig, deine Art ist die Welt. Peter, lustig, du bist ein richtig cooler Mann. Peter, deine Sendung schaut dich gerne an. Peter, lustig, durch dich begreif ich die Welt. Peter, lustig, du bist ein richtig cooler Mann. Peter, deine Sendung schaut dich gerne an. Peter, deine Sendung schaut dich gerne an.